Es sollen bis zu 90 Leute von deinem Fanclub kommen. Die werden dich morgen ins Ziel tragen, glaube ich. Ja, das freu ich mich schon. Wir sind heute schon ein ganzer Haufen hier. Es ist schon für die Berge. Wir haben hier den Ziel einer Forderung. Die Form sieht blau-weiß, wie es unser Fanclub hat. Ja, es ist für die Berge. Ich freu mich schon auf morgen jetzt. Wenn noch mehr kommen, dann ist es sicher für die Berge. Und von deinen Fans weiß man ja, sie sind nicht lautstark beim Rennen, sondern auch beim Feiern nachher. Werst du eine oder andere Glühweinchen mit ihnen trinken morgen? Morgen werden wir sicher ein Glas trinken, denke ich.